Stimmt es überhaupt, dass ein gesunder Mensch immer der glücklichere ist? Ich wünsche mir für mich immer so positiv zu bleiben. Was ich mir nicht nur jetzt für mein Leben wünsche, sondern auch für das Leben aller anderen Kranken, dass da vielleicht die Gesellschaft sagt, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Ich kann joggen gehen, auch wenn viele meinten damals, du das nicht mit MF. Das gibt mir Kraft und Mut.